Abschließend, Sie haben den Weg in die Lokalpolitik gewählt. Ihr Bruder war immer sehr international unterwegs. Hat sich das so abgezeichnet, dass Sie in der Dersinne im Ländle bliebt und Ihr Bruder die große weite Welt sucht? Das ist nämlich witzig, oder? Wir sind im Ausland aufgewachsen, der Vater Diplomat, immer unterwegs. Und dennoch war für uns alle, Brandberger Neckl-Prägenz, das Haus der Großeltern, eigentlich immer das, was man so mit der Heimat identifiziert. Und ich weiß nicht warum. Mich hat es bereits im Laufe des Studiums immer und immer öfter ins Land gezogen. Ich bin auf die Alt gegangen und so weiter und so weiter. Ich bin mit Brüdern da, ich bin ein Beres-Fanzus-Morane. Und nach dem Studium war es dann dasselbe hier, um entschieden, ins Land zurückzukommen, nach Regens zurückzukommen. Meine Brüder sind den internationalen Weg gegangen. Ja, jedem das Seine, das Schicksal stellt die Weichen und fragt uns nicht.